Ja, 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 ja! Und damit herzlich hallo zu der Review, die ich schon am Diadem Muertos rausbringen wollte, aber naja... Ich musste mir den noch ein zweites Mal ansehen, um mir da so meine Endmeinung zu bilden. Das ist so ein bisschen... Also, Coco. Ich seh grad, wir haben schon wieder einen dämlichen Beititel in diesem Land. Coco, lebendiger als das Leben. Weil Ironie. Weil überall Tote rumlaufen. Ein weiterer Film aus dem Hause. Pixar. Ich musste diesmal etwas recherchieren, weil ich mir nicht so ganz sicher war, ob das schon wieder ins Disney-Abendfilm-Territorium wie Moana fällt. Oder dann doch eher so ins Cars 3 Evolution Ding. Und es ist eher das Cars 3 Evolution Ding. Aber es könnte schon fast zu beiden gehören. Egal, bevor ich noch weiter ausschweife. Magic Review. Ab. M. Märchen. Story. Und Prämisse. Nun, Coco handelt, wie der Name nicht verrät, vom jungen Miguel. Ein sehr musikliebender Junge, der in einer Familie von Schuhmachern lebt, die Musik auf den Tod nicht ausstehen kann. Was vor allem daran liegt, dass irgendwann mal die Familie sehr, sehr... Ich sag mal, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dadurch, dass eines ihrer Mitglieder meinte, ich mach jetzt Musik. Und nein, das ist kein Spoiler. Das ist die Prämisse des Films. Passiert in den ersten drei Minuten, wenn du so willst. Und jetzt will Miguel irgendwie anfangen, selber Musiker zu werden. Will dazu auf dem Festivalplatz ein bisschen Musik spielen. Braucht dazu eine Gitarre. Klaut sich dabei die Gitarre des weltbekannten Ernesto de Cruz. Und landet deswegen in der Welt der Toten. Denn wir haben Dia de Muertos und an diesem Tag gibt man den Toten und stiert ihnen nichts. Und jetzt muss Miguel natürlich irgendwie nach Hause kommen. Und wie er das denn so anstellt, davon handelt dieser Film. Und wie er davon handelt, ist ein bisschen seltsam. Ich will jetzt nicht direkt verraten, worum es geht. Aber es gibt so bestimmte Bedingungen, um nach Hause zu kommen aus dieser Welt der Toten. Und um die zu erfüllen, muss halt Miguel eine kleine Reise in der Welt der Toten auf sich nehmen. Das Problemchen dabei ist dann nur vom filmischen Sicht aus, dass man als Zuschauer den Eindruck hat, es läuft alles viel zu einfach ab. Und auf einmal ist alles anders. Du hast also die ersten zwei Drittel des Films, denkst du dir, oh mein Gott, ist das alles vorhersehbar und total... Und dann macht der Film so eine kleine Wende und sagt dann so, haha, Trick 17 mit doppeltem Boden. Und du denkst dir, boah, jetzt wird es langsam spannend. Was sehr verwirrend ist. Ich habe mal auf die Uhr geguckt beim zweiten Viewing des Films und... Der erste Akt, der braucht eine halbe Stunde. Der zweite Akt, der braucht eine halbe Stunde. Und der Rest vom zweiten Akt braucht nochmal 15 Minuten. Das heißt, der zweite Akt ist eigentlich 45 Minuten lang, gaukelt dir aber vor, er wäre 30 Minuten lang. Du hast dann sozusagen eine Stunde Fehlleitung, die dich annehmen lässt, der Film wäre ein bisschen langweilig. Bevor er dann sozusagen die Kurve kriegt und endlich so zu dem kommt, was er eigentlich sein will. Und ich glaube, das hat dem Film nicht so ganz gut getan. Ich bin mir da immer noch nicht einig, was ich davon halten will. Wenn denn mal endlich alles sich wendet, so wie es dann endlich sein soll, dann ist es cool. Aber vorher ist es nicht schlecht, aber irgendwie so ein bisschen fad. Man fragt sich, was der Punkt von all dem ist. Ich meine, man sieht den Punkt. Gut, er ist ja offensichtlich, was einen ein bisschen nervt, weil man sich gehofft hat, ob das noch so ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber bekommt man ja dann. Was das Ende des Films angeht, da ist man glaube ich im Publikum teilweise gemischter. Gefühle würde ich meinen. Ich fand es schön. Andere könnten es eher traurig finden. Das muss man dann sehen, wie man das findet. Von daher, ja, ist auch egal. Soll jetzt nicht irgendwie der Punktverwirrung beitragen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Von daher, ja, für das ein bisschen Irrelaufen und ziemlich viel Zeit, da auch zu verschwenden, ein Irre führen zu wollen. Wir geben hier mal sieben Punkte. Aussehen, Optik und Effekte. Nun, wir haben es hier mit Pixar zu tun. Ihr wisst schon, das Anti-Illumination. Was heißt, man gibt sich hier Mühe. Nichtsdestotrotz sind mir so einige kleine Sachen aufgefallen. Nämlich, in der Welt der Toten gibt es gefühlt 500 weibliche Skelette, die gleich aussehen. Und ich glaube auch männliche Skelette sehen da alle relativ gleich aus. Man hat so ein paar unterschiedliche Modelle, aber man hat schon ziemlich kopiert. Dafür aber auch ist die ganze Welt der Toten umso, ich sag mal, lebendiger gestaltet worden. Man ist da wirklich, kommt aus dem Gucken nicht mehr raus. Und vor allem in der Eröffnungsszene dieser Welt, wenn man dann da hinkommt, da sieht man dann einfach mal alles auf einen Blick. Und du kannst im Prinzip, setz dich mal davor, irgendwann, wenn die Blu-ray draußen ist, und fang an die Totenköpfe zu zählen, die überall versteckt sind. Du wirst einen Heidenspaß haben, was die da mit Kompositionen gemacht haben. So, dann gibt es noch haufenweise Familientote, sag ich mal, aus einer Familie. Und MatPat, wenn du das siehst, was du nicht tun wirst, setz dich da mal ran. Ich glaube, da steckt eine ganz gute Theorie hinter. Denn die müssen alle relativ früh gestorben sein, wenn du dir mal anguckst, was die teilweise noch für gutes schwarzes Haupthaar haben. Es gibt relativ wenig alt aussehende Tote. Es gibt relativ wenig alt aussehende Tote in diesem Film, was mir so ein bisschen Sorgen macht, aber das muss wohl so sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass Leute halt früher verstorben sind oder so. Es gibt jedenfalls einen deutlichen Altersunterschied zwischen Skeletten. Es gibt auch Kinderskelette, was einen dann so im Kontext vielleicht ein bisschen traurig machen sollte. Aber sie sehen halt so putzig aus und sind ja doch noch irgendwie da. Also, es ist kompliziert. Ja, nichtsdestotrotz, ein bisschen Doppelung. Ansonsten, die Geisterführer, die sahen teilweise auch geil aus. Vor allem die Katze. Ich will so eine Katze. Wer den Film sieht, wird sich denken, was? Katze? Aber egal. Neun Punkte. Gedudel, Musik und Sound. Gedudel, Musik und Sound. Nun, das ist im Prinzip schon ein halbes Musical dieser Film. Deswegen musste ich ja nachsehen, ob es ein Disney-Film ist direkt oder nicht. Ich meine, der Film ist von Disney, aber es ist kein... Ihr versteht, was ich meine. Es ist kein Schneewittchen. Es ist eher ein Toy Story. Und dafür, dass es eher ein Toy Story ist, hat man hier dann doch eine Menge Lieder drin. Ich meine, klar, wir hatten damals auch, du hast einen Freund in mir. Aber dieser Film hier dreht sich direkt um Musik und deswegen brechen Charaktere auch nicht einfach so in Song aus, weil... Film. Sondern es sind meistens irgendwelche Stellen, wo wirklich Musik gebraucht wird in diesem Film. Und das ist besonders schön anzusehen, dass man mal so ein halbes Musical hat, wo die Songs nicht erzwungen wirken. Die Songs an sich sind auch alle ganz cool. Beim Soundtrack hast du teilweise nur das Problem, dass halt die Filme eins zu eins reingesongt wurden. Das heißt, du hast dann auch die filmischen Unterbrechungen im Soundtrack drin, was ein bisschen nervig ist. Bei manchen Songs hätte ich gerne gehört, ohne dass irgendjemand dann so dazwischen labert. Aber okay. Dafür kann ich sagen, dass die Songs dann teilweise in manchen Soundtrack-Versionen auch in Originalsprache drauf sind, was besonders geil ist. Und Sound hat auch alles gepasst. Von daher, ich gebe hier mal wieder, so zur Abwechslung, volle 10 Punkte. Ikonografie, Kamera und Schnitt. Ja, also wie gesagt, der Schnitt leidet ein bisschen dadurch, dass halt der zweite Akt meinte, er müsste zweimal enden. Und das ist so eine kleine Länge. Ansonsten der Anfang ist recht fix. Das Ende ist recht fix und mittendrin die Lieder auch alle ganz cool ausgeschmückt und so weiter. Aber vielleicht hätte man sich hier und da noch ein bisschen mehr Sachen trauen können. Man hat schon einige lustige Ansätze gehabt, was Kameraführung und sowas angeht. Aber ein bisschen mehr vielleicht noch. Also wir geben hier mal 8 Punkte. Gast und Charaktere. Nun, den größten Teil des Films über begleitet man Miguel und Hector. Die versuchen zu Ernesto de la Cruz zu kommen. Und mehr braucht man fast gar nicht. Außer halt noch so ein bisschen Familienmitglieder, die hier und da mal ein bisschen nerven. Und auch nicht. Also nerven im guten Sinne, weil sie nerven den Charakter, nicht den Zuschauer. Weil der Zuschauer, zumindest in meinem Alter, kann dann schon irgendwie verstehen, von welcher Seite aus die Familie kommt. In manchen Fällen. Und ja, man könnte fast meinen, sie ist ein bisschen underused. Dafür, dass der Film einem viele Familienwerte vermitteln will, kommt die Familie recht kurz. Und man fokussiert sich sozusagen darauf, was dann halt der nächstbeste Verwandte ist. Und was ein bisschen, vor allem bei so einem Diadell-Muathos-Ding, wo dann halt wirklich jeder aus der Familie wichtig ist. Im Kontext der ganzen Mythologie um diesen Tag. Ne. Also Gast und Charaktere, das was da war, war sehr schön. Aber das, was nicht da war, war halt ein bisschen, hat halt gefehlt. Wir hatten auch noch diesen Comic-Relief-Charakter, sag ich mal. Diesen Hund. Dante. Dante war auch sehr nett anzusehen. Teilweise ein bisschen eklig, aber das war ja gerade der Spaß an der Sache. Ich gebe mal bei Gast und Charaktere immer noch 8 Punkte. Macht denn also für Coco eine Prozentwertung von theoretisch 84%. 84%, aber es gibt da noch so einen End-Credit-Moment, sag ich mal, der im Kontext des Films wirklich sehr, sehr lieb ist, sag ich mal. Und dafür mache ich mal 85 Punkte draus, weil darum ist meine Review. Und ja, es ist keine After-Credit-Szene. Lasst euch da jetzt nicht irgendwie in Irre für. Es ist ein Moment. Ein schöner kleiner Moment, der, wenn man auch nur ansatzweise aufgepasst hat, halt ein bisschen Bedeutung mit sich trägt. Gut. Machen wir weiter mit den Daumen. Hallo Matt. Story Matt. Ist leicht nachzuvollziehen, ist abgerundet. Wie gesagt, mittendrin ein bisschen langatmig, kommt einem teilweise ein bisschen vorhersehbar vor. Und wenn man dann bemerkt hat, dass es doch nicht so vorhersehbar ist, wird es im nächsten Moment sehr vorhersehbar. Wenn es nicht schon vorher passiert ist. Es ist halt, ne, 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 gebt einen Daumen mit Tendenz nach oben, denn dann erspare ich mir das nochmal zu diskutieren. Unterhaltung. Es ist echt schwer, die Füße stillzuhalten bei diesem Film. Ich habe selbst beim zweiten Viewing gemerkt, wie ich dann halt wieder angefangen habe, ein bisschen mitzuwippen bei den ganzen Songs. Also, was willst du mehr? Dazu noch schöne bunte Welten. Ich möchte nochmal anmerken, dass wirklich das Reich der Toten ist. Es ist so wunderschön. Es ist vor allem richtig mit so einem warmen Orangeton unterfühlt in manchen Szenen. Was dann halt, es macht es eigentlich zum perfekten Halloween-Film auch mit. Ich meine, es ist vor allem ein Dia de Muertos-Film. Aber an Halloween kommt der auch ganz gut. Von daher, als Feiertagsstück ist der echt gut geeignet. Und die Stimmung ist einfach herrlich. Von daher Unterhaltung. Ja, wir haben die kleine Länge. Ach komm, gib den Daumen nach oben. Ja, war eigentlich geplant mit Tendenz nach oben. Gib ihn nach oben. Ja, gut. Ja, ja, schieb höher, höher. Okay. Neues. Ja, mir ist gerade nicht bekannt, ob es jetzt schon so viele Filme zum Dia de Muertos gibt. Ich glaube nicht. Der letzte, an den ich mich erinnere, ist Beefy. Also Batman v Superman. Davor hat James Bond mal kurz ein bisschen darin gedümpelt. Aber jetzt direkt einen Film, der sich damit befasst. Vielleicht gibt es da, wo das gefeiert wird, einige dieser Filme als lokale Version. Aber ich glaube jetzt so ein großer, breiter Film, der sich damit beschäftigt, eher weniger. Wäre mir jedenfalls noch nicht aufgefallen. Von daher, ja, es ist schon mal schön, dass einem das alles näher gebracht wird. Diese ganze Mythologie. Ich finde es sehr faszinierend. Vor allem, weil dieser Film auch, ich sag mal, der Tod ist ja immer so eine Sache, über die man nicht gerne redet. Und wenn jemand stirbt, ist es immer ganz schlecht. Und auf so eine gewisse Weise hat dieser Film es drauf, den Tod schon, ich will jetzt nicht sagen, begrüßenswert zu machen. Aber eindeutig weniger schlimm. Ich meine, allein der Gedanke, ja, es sterben manchmal Leute, aber wenn sie dann in so einer lustigen Totenwelt aufwachen, solange sich jemand an sie erinnert, dann ist doch... Klar, ist nicht mehr die andere Welt, aber ist eine neue Welt. Eine, die weitaus lustiger scheint. Von daher trifft dieser deutsche Beititel lebendiger als das Leben schon fast zu. Weil da hast du halt nicht all diese komischen, ja, ja, Steuererklärungsdinger. Du machst halt einfach Leben und machst da drüben Party. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie so ein Tag da drüben aussieht, wenn gerade nicht Diademuertos ist. Aber an Diademuertos scheint er echt gutes Ding los zu sein. Ich glaube, wenn man da tot ist drüben, dann feiert man halt ohne Ende. Was soll man denn da noch irgendeinen tristen Alltag verfolgen? Macht doch keinen Sinn. Ich meine, auch da gibt es dann so Klassengesellschaften, je nachdem, wie viel man mit ins nächste Leben gegeben kriegt, an jedem Diademuertos, aber egal. Ich wollte jetzt hier nicht eine kulturelle Diskussion draus machen. Neues, wir geben auch hier den Daumen nach oben, weil das eine sehr faszinierende Seite war, die ich so noch nicht gesehen hatte. Danke, Matt. Macht dann also für Coco lebendiger als das Leben eine Gesamtwertung von 85% und einem Daumen mit recht starker Tendence nach oben. Kann man machen, vor allem zu der Zeit jetzt hier, wenn man gerade keinen Bock auf, sagen wir mal, Justice League hat oder sich nicht bei Mord im Orient Express einfrieren will, dann kann man auch mal hier reingehen. Es ist halt lustige Musik. Und offen gesagt, ich hatte bei keinem der beiden Preview-Besuche, bei denen ich war, Bock, mir diesen Film anzugucken. Und der hat es jedes Mal geschafft, mich wieder auf seine Seite zu ziehen. Also für gute Laune ist es ja ganz gut gemacht. Wenn man ein bisschen down ist, guckt euch den an. Und dann dann... Ich will jetzt nicht garantieren, dass er einen aufheitert, aber ich sehe, die Chance ist da relativ hoch. Ansonsten, Leute, die gute Laune haben, können sich den auch angucken natürlich, weil dann hast du noch mehr gute Laune und so weiter. Und es ist halt ein gute Laune-Film. Überwiegend, würde ich mal behaupten. Von daher kann man nichts falsch machen, wenn man da reingeht. Das war es dann von meiner Seite. Erstmal und mit den Reviews auch vorerst. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas zu Olaf, seiner gefrorenen Welt oder so kommt. Ansonsten, glaube ich, könnte die nächste Review schon Last Jedi sein. Ein bisschen Angst habe ich ja. Aber mal gucken, was sonst noch so im Kino kommt. Man weiß ja nie, was noch so reinschlittert oder auch nicht. Von meiner Seite aus dann also alles. Dann bis dann und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Amen.